Hi zusammen und herzlich willkommen mal wieder bei einem Vlog. Follow me around. Ich freue mich riesig, denn ich habe was richtig cooles, wo ich euch mitnehmen kann. Und zwar mache ich eine Tour in Saarland zur Provin Academy und werde da referieren. Wir haben ein ganz, ganz tolles Projekt mit Provin zu besprechen und vieles, vieles mehr. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, und zwar nehme ich euch jetzt einmal mit und zeige euch mal, was ich in meinen Koffer eingepackt habe. So, eingesteckt habe ich natürlich Klamotten. Einmal für morgen was zum Anziehen, dann hier mein Outfit zum Referieren. Ein bisschen was zum Schlafen, Schuhe und hier oben natürlich mein Glätteisen, nochmal Trockenshampoo, falls ich es benötigen sollte. Eine Haarbürste und hier ist natürlich mein komplettes Kosmetiker drin. Das zeige ich euch im Hotel aber einmal näher. Musik 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 Das war's für heute. So, wir sind angekommen am Restaurant, müssen uns noch ein paar Schritte laufen. Hier hinten wunderschön gelbe Säcke und laufen jetzt zum Restaurant und gehen lecker Tapas essen. Ich nehme euch mit. Ich nehme euch mit. Ich nehme euch mit. So, auf dem Zimmer essen war unfassbar lecker. Ihr habt es ja gesehen, richtig geile Tapas haben wir gegessen, also wir sind gut satt. Wir hatten jetzt noch einen kleinen Absager in der Hotelbar und jetzt geht es ab ins Bett, dass wir morgen richtig fit sind. Also, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, ich bin auf dem Weg runter zum Frühstück. Wir haben sieben. Das ist eigentlich nicht mehr eine Aufstehzeit. Haare durch, nachher noch schnell glätten, Lippenstift noch drauf. Aber jetzt wird erstmal lecker gefrühstückt. Bis zum Frühstück. Musik 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 Wow Musik 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 Guten Morgen zusammen Ja, es ist heute jetzt Donnerstag. Wir waren ja gestern schon auf der Proven Akademie. Die liebe Julia, habt ihr gesehen, hat referiert auf dem Woller-Seminar von Provin, geile Technik, was da dahinter steckt, wow, unfassbar, unsere Schulungs-3D-Welt. Und dann hatten wir noch ein ganz, ganz tolles Projekt mit Provin, wo wir am Laufen haben, wo wir alles besprochen haben, weiter geplant haben. Es ist einfach so schön, bei einer Firma zu arbeiten, wo man selber mitwirken kann, wo man mitentscheiden darf, wo man seine Ideen anbringen darf und es auch wirklich umgesetzt wird. Also ich bin einfach noch mega, mega happy. Und das Projekt, was da umgesetzt wird, oh my God, so geil. Und ich bin da so, so unfassbar stolz drauf, dass wir das gemeinsam aufbauen hier mit den ganzen anderen Mädels, die mit an Bord sind. Und, oh, die Kamera wird langsam schwer. Genau, jetzt habe ich mich schon fertig gerichtet, gehe jetzt gleich frühstücken. Und mit der Maya, die ist nämlich auch noch mit mir da. Dann referiere ich heute auf dem Macher-Seminar. Ich denke, die Maya wird einen ganz kurzen Ausschnitt mitfilmen. Ich bin schon echt, echt aufgeregt. Ja, aber das wird bestimmt bombastisch toll, das weiß ich. Aber Aufregung ist auch was Schönes und was Gutes. Und ja, dann habe ich heute Mittag noch eine kleine Q&A-Runde nach dem Macher-Seminar, für alle Teilnehmer, die Fragen haben. Und dann geht es wieder nach Hause. Ja, so ist jetzt mal der Plan. Ich tue jetzt hier meinen Koffer fertig packen. Dann gehen wir frühstücken. Dann gehen wir wieder zur Akademie. Und ja, ich nehme euch wieder mit. Ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich tue jetzt gleich genauso. Und ich kann trotzigen machen. Und wenn sie nicht gerne trotzigen, ja. Was du auch machen kannst, um das einfach mal ein bisschen umzudenken, nenne ich mir die Runden, die 33 Runden. Nimm dir ein Blatt Papier, nimm dir ein Stück und schreib drüber meine, 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 33 Runden. Zum Thema Kuchen, zum Thema Verkaufen, aber auch natürlich gern das Thema Bücken, die auch vor. So, wie ihr seht, ich bin wieder zu Hause. Es war ein unglaublich schöner Tag. Unglaublich schöne Tage. Es war, ja, der absolute Wahnsinn. Wir haben so, so viel Projekte umgesetzt. Und es war einfach nur der Wahnsinn. Maya ist noch da. Die ist jetzt gerade auf dem Balkon. Ist noch was Kurzes, Kleines. Und ja, da haben wir noch unser Schulungsprogramm für unser Team. Und ja, das Referieren heute beim Macher-Seminar war so, so toll. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, einfach mein Wissen weiter zu vermitteln. Ich habe ganz, ganz tolles Feedback auch bekommen. Mein Team war auch ganz happy und stolz. Und ja, wir hatten einfach wahnsinnig tolle Tage. Und das Projekt, was wir jetzt mit ProWin umgesetzt haben, muss zwar leider noch geheim bleiben, aber hat auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt essen wir gleich, machen unser Schulungsprogramm. Ich hoffe, ihr hattet mega viel Spaß beim Vlog. Gebt dem Vlog gerne einen Daumen hoch, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Lasst natürlich gerne Kommentare da und ein Abo. Ist gerne kostenlos. Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.